Roulette Kessel Gucken 17.09.2019 live in Gold Coast Schrägstrich Australia Gewinn 3000 australische Dollar Autor de Selza Mackenzie YouTube Heute ist Dienstag der 17. September 2019 und auch heute sind wir wieder im Spielcasino an der Golfküste in Australien Ich habe bereits mit der Quantenmechanik und auch der Stringtheorie ausgerechnet, welche Einsätze wir heute machen und jetzt war bereits auf die Eröffnung des von uns bevorzugten Roulette-Tisches Wir setzen heute wie folgt 1. Nach dem dritten Korps setzen wir dreimal auf ungerade Zahl 2. Nach dem siebten Korps setzen wir zweimal auf gerade Zahl 3. Nach dem zwölften Korps setzen wir zweimal auf manke viertens Nach dem fünfzehnten Korps setzen wir einmal auf Passe Wir spielen im Übrigen wenn 500 Australien Dollar Stück wie üblich Im YouTube-Livestream haben wir heute acht Zuschauer Ich schalte jetzt etwa 45 Minuten das Mikrofon aus und melde mich dann wieder Bis dahin wird sich unser Spieler gemeldet haben und mitgeteilt haben, wie es ausgegangen ist Gleichzeitig lege ich die Livestream-Kamera meiner heutigen Wettscheine für die Fußballprognosen Gegebenenfalls können sich ja das Interessierte abschreiben So hier bin ich wieder und so eben ist die Meldung unseres Spielers eingegangen Die wie folgt lautet Nach dem dritten Korps ist gefallen die 19, die 27 und die 33 Also alles ungerade Zahlen wir haben dreimal hintereinander gewonnen Nach dem siebten Korps ist gefallen die 18 und die 36 Also gerade Zahlen wir haben beide Korps gewonnen Nach dem zwölf Korps ist gefallen die 2 und die 15 Also beides manke und auch hier haben wir gewonnen Nach dem 15 Korps ist gefallen die 0 Also hier haben wir verloren Somit liegt der heutige Gewinn bei 3000 australischen Dollar Das sind umgerechnet etwa 2300 Euro Und schauen sie noch dieses Video bei YouTube Unser Spieler hat mal das dem Casino angeschlossene große Wettbüro abgefilmt Wo er selbst aufgrund meiner Prognosen in den letzten Tagen tausende von Dollars Gewinn kassieren konnte Ein Wertbüro solide und seriös die sofort und ohne Fragen die Gewinne ausbezahlen Dann